Hallo die Foxe und willkommen zu Core Island. Kriegt ihr Falle? Fürs Meer. Was ist nix los? Ecke sich glücklich aus. Wir machen wieder ein paar Backcharkis. Kochen. 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 So. Ja. Ich habe schon gestrichelt. Hallo. Und ich gesch der Quartier. Das ist mein Häuschen. Ich muss gucken, ob ich noch ein Radieschen habe. Gucken wir zum Beispiel mal zu unseren Tieren an. Hallo. Ja. 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 Das war's. Die Schere kann ich sowieso nicht. Du baust schon wieder Fähle. Ich warte bis ich die Käsemaschine habe. Ist das schon größer? Mein Hals ist, glaube ich, schon grösser. Geh mir rauf zum Pampel. Geh mir rauf zum Pampel. Eine Miesmuschel, Königsmuschel und grüßeigel. Ich habe das Glück schon gehabt. Geh mir rauf zum Pampel. Einfaches Kochen. Geh mir rauf zum Pampel. 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 Hallo. Am verbesserten Zeichen will ich noch gar nicht. Werkstellung in einem Tag. Messgegenstand. Ja, danke. Ich weiss, es sieht hier ein wenig heruntergekommen aus, aber ich mag es. Immerhin ist das hier die Strandhütte und nicht die Strandvilla. Pass bitte auf, wo du hinten bist, es ist Rutsche. Aufmerksamkeit kann gefährlich sein. Sieh dir die Kugelfischkorbs an. Ich habe es allen gesagt, aber niemand hat mir zugegeben. Wir ziehen einfach viel zu viel Aufmerksamkeit mit den Festen und Tourismus auf uns. Und jetzt wollen sie hier bohren. Meis. Interessante Tatsache. Stefan ist ein meinlicher Hunger. Ich bin mir ziemlich sicher. Kuckkosniss. Mother. Meis. Meis. Peanuts. Meis. Generation. Meis. Meis. Das ist ... Das war's für heute. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir in die Mine heute. Es geht nicht, wie weit, dass wir sie dort. Ich habe eine Schöne. Ich bin nicht reißig. Ich bin nicht reißig. Ich brauche glaube ich nur noch Blüten. Ich bin nicht reißig. 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 Ich habe daneben gehauen. Ich bin nicht reißig. 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 Ja, wie ist das? Wie viel habe ich so viel Insektenfleisch? Wie viel habe ich so viel gehört? Ich hab das Loch ja schon. Da. Verlucht. Ich hab mir Flügel. Verlucht. Verlucht. Nein, nein. So, ebene und reissig. 19.50 Uhr. Zeke. Ja, komm. 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 Ja. 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 Möchtest du die Mine verlassen, ja? ... 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